Yo Leute, Willkommen zurück zu Paladins und ich spiele Genos diesmal, ähm, das... Oh, ohne Deck. Ähm, b-b-b-b-b-b-b-b, wenn ich jetzt wüsste was was kann, nennen wir das hier. Ähm, Ewigkeit Genos, mein Spiel, fangen wir mal auf. Ich muss mal ein Deck wieder machen. Und zack. Okay, so. Wollen wir mal hoffen, dass er stark genug auch ohne vernünftiges Deck ist. Shit! Okay, ich habe eventuell gerade verkackt. Und... Ja. Nehmen wir den. Was machst du hier oben, Ruckus? Okay. Okay. Du, das... Yo. Okay. Könntet ihr... Ja. Und down. So. Einmal da hin. Wups. Ja, okay. Da ist die Eevee hinterher gekommen. Hat sie gut gemacht. Ähm, wobei unser Ruckus ist einfach schlecht. Unser Ruckus ist einfach super schlecht. Und... Dich habe ich. Okay. Hi. So, zack. Ach, komm schon. Hör auf. Lass denken. Und hier. Jawohl. Sehr schön. Okay. Sie hat keins, ne? Ne, sie hat keins. So. Okay. Hi. Oh, verdammt. Ich habe den Fall schon erwischt. Ja. Okay. Du bist die nächste, die es kriegt. Jawohl. Yes. Ruckus. Ich kann halt nicht alle auf einmal heilen. Danke. So. Und... Miterledigt. Jawohl. Okay. Wo ist sie? Vergiss es. So. Zack. Kineser dürfte da oben. Relativ safe stehen. 10, 9, 8, 7, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So. Erledigt. Sehr schön. Sie meint's. Geht doch eigentlich. Ähm. Die Eevee macht mir Sorgen. Eevee und Cassie. Ich bin kein Fan von den beiden, aber bringt mir alles nichts. Kann ich nichts machen. Gegen beide. Das heißt, ich werde Refugium nehmen, denke ich. Ja. Refugium. Und dann werde ich halt weiter nur auf Kronos gehen. 4, 3, 2, 1. So. Diesmal lasse ich mein Pferd aber spawnen. Albtraumstute. Rötte mich. So. So, Rokos. Jetzt geh bitte. Öp. Scheiße. Rokos, runter da. Wenn du da nicht runter gehst, können wir nix machen. Hallo. Danke. Und down. So. Hi. Regisus. Du bist down. Sag ich doch. Ach, scheiße. Jawoll. Aber die hat mich. Schade. Hat so gut gemacht. Ich habe meine Revenge. Ich habe meine Revenge. Äh. Ja, gut. Wer denn? Ah, okay. Einmal da. Und der Rokos ist natürlich hier oben. Sollte er auch sonst sein. Hi. Ist ja nicht so, dass wir dich unten brauchen würden. Ach, scheiße. Da komme ich nicht mehr rechtzeitig, oder? Jetzt haben wir dich. So. Dich jag ich bis sonst wohin. Vergiss es. Du entkommst mir nicht. So. Wer, wer nach vorne rennt, kriegt von mir auch die, die Zeichen. Still shooting. Ja. So. Oh, das war sogar ein Header. Hallo. 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 Hi. Du lässt den innen mal bitte in Ruhe. Danke. Oh shit. Ja. Hat so gut gemacht. Splash Damage genau ausgenutzt. Das war nicht mal die Eevee. War die Cassie. Die mich erledigt hat. Shit. So. Oh shit. Krieg ich den noch? Ja, krieg ich noch. Easy. Den krieg ich sogar noch. Easy. Oh shit. Den Sinn schaff ich nicht mehr. Boah, ja. Warum fokussen ich mich gerade so? Hatte ich was das auch nicht? Ich kann es gar nicht nachvollziehen. So. Kann sein, dass ich denn ein wenig auf die Nüsse gegangen bin. So. Hi. Brauchst du? Nein, brauchst du nicht. Sorry. Ich muss Prioritäten setzen. Fick ist es. Ja. 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 Das war klar. So. Äh. Ja. Ähm. Ja, es passt mich gerade echt an. Also der Typ ist echt schlecht. also der typ ist richtig schlecht wenn die cassie dich killt dann solltest du echt was also solltest du echt kein tank spielen also tut mir leid okay ja gut dass sie dich killt kann ich mir sogar vorstellen okay haben wir hallo da oben ist die cassie und shit ich bin zu weit im gegnerischen gebiet war dumm das war eigentlich viel zu blöd von mir komm schon komm schon komm schon wir müssen nur den spot einnehmen wir müssen doch nur den blöden spot einnehmen ach gott wir haben es geschafft so okay den halten wir hoch einmal dein okay 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 das war blöd ich sollte echt mal so langsam die ult einsetzen aber ich komme halt selten dazu so so 4 kills keine ahnung irgendwas im 10er bereich danke zack okay hab dich shit ja ich bin genau in die in die saue gelaufen das hat mich ein wenig verwirrt so komm wir sind aber erstmal sicher in der nächsten runde schon mal praktisch also im moment haben die den zugzwang den zweiten punkt dieser runde verhindern wer hat mich denn jetzt gekillt NEVER aber moment die kam von hinten okay die kam von hinten so guter flank zack schade keiner erwischt 8 7 6 5 4 3 2 naja shit naja klar ist das schieben fehlgeschlagen so der hat verjüngung 3 gekauft ey und kein refugium dafür also entschuldigung aber ein tank ohne schild ein main tank ähm naja gut jedem das eine so okay der hat angst vor der evie die hat angst vor dem schwarzen mann 5 4 3 2 ich weiß es nicht keine ahnung warum die äh den den erleuchtungsschild gekauft hat aber pfff ist okay können sie machen so hallo oh die evie macht da gut was weg shit ok so zack ach shit hätte ich nicht mit gerechnet dass sie da jetzt um die ecke kommt weil ich bin davon ausgegangen dass sie abhaut jaaaa verkackt verkackt war ja klar war ja klar ult szene 100 pro ja ult szene sag ich doch ich glaub da bin ich sogar um die ecke gekommen ne ja tja ich würd sagen bester heiler oder ne war klar das war klar mal gucken ja 80 sekunden respekt dafür so einen schlechten tank hab ich selten gesehen seltenst naja gut leute wenn es euch gefallen hat liked lassen würde mich auf jeden fall freuen und wir sehen uns das nächste mal wieder bei paladin zau zu rein bis dahin tschau tschau ja